Runghult war eine Stadt und ein Rechtsgebiet der ehemaligen Inselstrand vor der nordfriesischen Festlandsküste ab dem 13. Jahrhundert auch ein Kirchspiel. Es wurde in der zweiten Marcellusflut am 16. Januar 1362 oder einer der folgenden Sturmfluten zerstört. Geografische Lage Die beiden zusammengehörenden Siedlungen Grote Runghult und Lütke Runghult bildeten gemeinsam den Haupthort eines Verwaltungsbezirks der Edomshade. Diese war eine von fünf Raden der Landschaft Strand. Die Landschaft Strand war Teil der ab der Wikingerzeit von Friesen besiedelten Udlande. In direkter Nachbarschaft zu Runghult lag der ebenfalls im 14. Jahrhundert versunkene Ort Niedamm. Nach der Flut wurden einige Teile des ehemaligen Runghult-Gebietes erneut besiedelt, gingen aber in der Sturmflut von 1634 unter. Von Alt-Nordstrand sind heute nur noch die Halbinsel Nordstrand. Die Insel Pilwurm und die Hallig-Nordstrand ist schmorübrig. Die restlichen Gebiete gingen in der Sturmflut von 1634 verloren und sind heute Wattenmeer. Der Untergrund-Runghult bestand aus einer Torflinse, die der Überspülung nicht widerstand. Die Sturmflut bildete einen vorhandenen Fluss zu einem tiefen und großen Priel um der heutigen Norderhever, das historische Runghult. Lange Zeit gab es keinen materiellen Beleg aus der Zeit des Ortes vor 1362, der die Existenz Runghults belegen konnte. Zeitgenössische Berichte existieren nicht mehr. Zwar hatten Chronisten des 17. Jahrhunderts wie Matthias Bözius und Anton Heimreichsagen von einer im 14. Jahrhundert untergegangenen Stadt, wiedergegeben und von Funden im Watt berichtet. Doch erst zwischen 1921 und 1938 spülten die Gezeiten im Watt nördlich von Südfall wieder Überreste von Waffen, Bauten und Zisternen frei. Die Funde wurden systematisch erfasst und erforscht und konnten Angaben auf alten Karten bestätigen. Besonders bedeutsam ist dabei die Karte von Johannes Meier von 1636, die selbst auf einer Karte von 1240 basieren soll. Weitere Indizien sind ein Testament von 1345 mit der Erwähnung des Namens Runghult und einer Handelsvereinbarung mit Hamburger Kaufleuten vom 1. Mai, 1361. Das Datum liegt acht Monate vor der Marcellusflut und bestätigt, dass der Ort zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe noch bestand. Die Handelsvereinbarung und Funde von rheinischen Krügen erhärten die Vermutung, dass Runghult der Haupthafen der Edomshade war. Der Runghult-Forscher Andreas Busch nahm aufgrund der Anzahl und der Verteilung von Brunnenresten eine Schätzung der Einwohneranzahl vor. Dadurch schloss er auf eine Bevölkerung von mindestens 1500 bis 2000 Einwohnern. Das ist für eine Ortschaft des 14. Jahrhunderts in dieser Gegend eine bemerkenswert große Zahl. Kiel beispielsweise hatte zu dieser Zeit genauso viele Einwohner. In Hamburg lag die Einwohnerzahl bei etwa fünftausendste der Ursprung des Namens. Der Name Runghult leitet sich vermutlich von der friesischen Vorsilberung und dem Stammwort Runghult ab. Daraus ergibt sich die Bedeutung. Niederholz gestützt wird diese Ableitung durch historische Karten. Die bei Runghult einen kleinen Wald in hügeligem Gelände zeigen. Die Silvarung Hultina, was in der Gegend sehr ungewöhnlich ist. Wolfgang Lauer geht aufgrund von urkundlichen Nennungen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts als Rung geholt von einem Wald aus. Aus dem Rungen geholt werden. Funde im Watt auch in den Jahrhunderten vor der eindeutigen Identifizierung wurden diverse Beobachtungen von Siedlungsspuren überliefert. Einen der ersten Hinweise liefert die Schrift Dekette Glysemonor Standico von Matthias Bözius. Der von häufigen Funden von Wegen, Gräben und Metallinnen Kesseln im Watt schreibt. Den Untergang der Stadt jedoch nach mündlicher Überlieferung auf eine Sturmflut im Jahr 1300 zurückführte. Ähnliche Beschreibungen stammen von seinem Zeitgenossen Peter Seix. Um 1880 entdeckte ein Fischer große Holzreste im Watt an jener Stelle, an der später die Schleusen gefunden wurden, erhielt sie allerdings für ein Schiffswrack. Zudem fanden sich immer wieder Pflugspuren in alten, untergegangenen Äckern im Watt sowie Keramikziegelriste und sogar einige Schwerter, die sich heute im Nordseemuseum Husum befinden. In den folgenden Jahren wurden durch die Meeresströmungen große Mengen Schlick fortgespült. So kamen Überresterung Holz wieder zum Vorschein, wurden allerdings sehr schnell zerstört. Immerhin konnten zwischen 1921 und 1940 eine Vielzahl von Warften, Brunnen und sogar ein Deichfuß kartiert werden, die eine gute Vorstellung von der Größe der Stadt vermitteln. Kartierung der Warften, Brunnen und Deiche Viele Gebäude Rungholz standen auf Warften. Die Rungholzer Warften bestanden aus Erdhügeln, die mit etwa 20 Schichten Grassoden gegen Wind und Wellen gesichert wurden. Reste von 28 solcher Warften tauchten deutlich erkennbar seit den frühen 1920er Jahren immer wieder auf und wurden von Andreas Busch sorgfältig kartiert und zum Teil beschrieben. So entstand eine Karte, die mit den überlieferten Karten Rungholz verglichen werden konnte. Dadurch war es möglich, die Warften einzelnen Orten zuzuordnen. Seither ist die Lage von Lütker, Rungholt, Groter, Rungholt und Niedam bekannt. Auf und zwischen den Warften wurden zudem die Reste von rund 100 Brunnen gefunden, die ebenfalls aus Grassoden errichtet worden waren. Die Brunnen hatten meist einen Innendurchmesser von etwa einem Meter und versorgten vermutlich jeweils zwei bis drei Haushaltungen. Die Schätzung der Einwohnerzahl in dieser Gegend beruht auf diesen Funden und Annahmen, die oft die Zahl der nicht gefundenen Brunnen der Gegend schließen lassen. Eine einzige der gefundenen Warften wies keinerlei Reste von Brunnen auf. Sie lag in einem Bereich, in dem besonders viele Warftreste nahe beieinander entdeckt worden waren, dem Achtwarftengebiet, nordwestlich vor der Hallig-Süd-Fall. Dieser Bereich wurde als Groter-Rungholt identifiziert. Er hatte eine Ausdehnung von 900 Meter in Ost-West-Richtung und 600 Meter in Nord-Süd-Richtung. Die südlichste dieser Warften, die etwa in der Mitte der Ost-West-Ausdehnung liegt, ist diese brunnenlose Warft. Da damals die Kirche das einzige Gebäude war, das keine eigene Wasserversorgung benötigte, wird diese Warft allgemein für die Rungholter Kirchwarft gehalten. Diese Vermutung wird durch die Sichtung zweierlänglicher Grubenreste im Boden gestützt, die Gräber gewesen sein könnten. Damit ist vermutlich sogar das Ortszentrum bekannt. Auf einer der beiden Warften, die zum Ort Niedam gehörten und die zwischen 1932 und 1956 beobachtet werden konnten, entdeckte Busch 1952 zwei parallele Sodenstreifen, die wohl die Mauern eines Gebäudes gebildet hatten. Die Mauern waren außen 5,30 Meter und innen 3,80 Meter voneinander entfernt, die Wandstärke entsprach einer Sodenlänge von 75 Zentimetern. Falls es sich tatsächlich um ein Gras-Soden-Haus gehandelt hat, war es also eher eine Hütte. Gras-Soden waren damals in dieser Region der am weitesten verbreitete Baustoff, da Ziegel wegen des Fehlens von Lehm sehr selten waren und von weit her transportiert werden mussten. Reste einer Stadtmauer wurden zwar nicht gefunden, wohl aber die Abdrücke niedriger Deiche, die zwischen den Schleusen und den drei Orten gestanden hatten. Das Gewicht der Deiche hatte den murrigen Boden zusammengedrückt, sodass eine Bodenfertiefung übrig blieb, nachdem die Deiche fortgespült worden waren. Diese Vertiefungen wurden vermessen und aus ihrer Breite kann man auf die Höhe des damaligen Deiches schließen. Etwa zwei Meter, mit einigen Schwankungen im Deichverlauf, an einigen Stellen konnten sogar die Reste von Deichausbesserungen entdeckt werden. Dies waren Gruben, entstanden durch Sodenentnahme im ehemaligen Boden und Pfähle zur Sicherung von neuem Material an Deichbruchstellen. Die Schleuse, die innerhalb der Eindeichung liegenden Wiesen und Felder wiesen Entwässerungsgräben auf die das gesammelte Wasser zu einer Schleuse führten. Reste zwei Holzschleusen tauchten erstmals um 1880 im Watt auf, wurden aber erst 1922 als Bauwerke erkannt und durch Andreas Busch erforscht. Sie lagen etwa 500 Meter nordwestlich von Lütkerung-Holt. Busch konnte zwischen 1922 und 1929 die alte und die jüngere Schleuse vermessen und einen der Balken bergen. Zwei weitere Schleusenbalken wurden 1962 gehoben. Buschs Messungen ergaben eine Größe der alten Schleuse von etwa 20,50 x 3,30 Meter Lichterbreite und für die jüngere Schleuse äußere Abmessungen von 25,50 x 5,36 Metern mit einer lichten Durchfahrweite von 4,40 Metern. Für damalige Verhältnisse waren diese Schleusen ungewöhnlich groß. Beide Schleusen waren aus Holz gebaut. Bei der älteren Schleuse konnte Busch sogar nachweisen, dass sie undicht geworden war. Sie war mit Dichtungsmaterial repariert worden und hatte einen zusätzlichen Boden bekommen, deshalb musste die jüngere Schleuse errichtet werden. Holzschleusen hatten in der damaligen Zeit eine Lebenserwartung von etwa 80 bis 100 Jahren. Daher kann man vermuten, dass die jüngere Schleuse nicht vor 1280 erbaut wurde, die ältere demnach etwa um 1200. Das war auch der Zeitraum der ersten Einreichung des Gebietes, wodurch Schleusen erst notwendig wurden. Aufgrund ihrer geringen Tiefe können die Schleusen keine weitreichende Entwässerungswirkung gehabt haben. Diskussion um Dürs Lokalisierung im Jahr 1994 wurde die Datierung der Schleusen mit großem Presseecho angezweifelt. Nachdem der Ethnologe Hans-Peter Dür weitere Funde nordwestlich der Buschsenfunde gemacht hatte und sie als den wahren Standort Rungholz bezeichnete, Durch eine Messung mit der Radiokohlenstoffdatierung gilt das Alter der Schleusenbalken aber als bestätigt, die Funde Dürs werden heute dem ebenfalls in der Flut untergegangen, aber danach wieder aufgebauten Nachbarort Frederings-Gepfel-Ripp zugeordnet. Keramik Die im Runghultgebiet gemachten Kleinfunde wurden meist nicht kartografisch erfasst. Die Keramik stammt vor allem aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Auffällig ist, dass es sich dabei zu etwa 30% um Importware handelt. Dieser hohe, sonst nirgends bei Wattenmeerfunden bekannte Anteil an importierter Keramik belegt den großen Wohlstand, den die hohe Besteuerung der Edomshade im Waldemar-Erdbuch annehmen lässt. Die meiste Importkeramik, zumeist Steinzeug aus rheinischen Töpferorten, aber auch eine maurische Kanne aus Spanien und rote Irdenware aus Skandinavien wurde erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts hergestellt. Zuletzt wurde 1943 in diesem Gebiet eine Ocarina gefunden. Rekonstruktion Anhand der Keramik lässt sich die Zeit, in der Runghult besiedelt war, auf die etwa anderthalb Jahrhunderte vor dem Untergang begrenzen, was auch durch die Metallfunde, Bronzegraben, Fiebeln, Waffen, eine kleine Waage unterstützt wird. Aus den Funden lässt sich rekonstruieren, dass in Runghult insgesamt etwa 1000 Menschen gelebt haben. Ihre Häuser standen auf rund 25 Waften und auf dem etwa 2 Meter hohen Deich. Deren Lebensgrundlage bildeten wie Haltung, Salzgewinnung aus Seetorf und Handel. Um ihre Siedlung herum bauten sie Getreide, vor allem Roggen, auf Wölberkern an. Das unter dem Meeresspiegel liegende Moorland, auf dem sie lebten, entfässerten sie durch die beiden von Andreas Busch fälschlich als Schleusen identifizierten Siele, die auch Peter Sachs in seiner Chronik erwähnt. Die Legende über Runghult Während das wirkliche Runghult ein bäuerlicher Handelshafen an einem gut schiffbaren Fluss war und vornehmlich aus Grassodenhäusern bestand, wurde der Reichtum Runghults nach seinem Untergang in immer prunkvollere Beschreibungen gefasst. Es entstanden fantastische Vorstellungen über den Reichtum und die Größe der Stadt. Die Legende, die erstmals im Kontext der zweiten großen Mantränke, der Burcherte Flut von 1634 von Antonheimreich überliefert wurde, deutet den Untergang Runghultz als göttliche Strafe für lasterhaftes Leben und respektloses Verhalten gegenüber der Kirche. So sollen übermütige Bauern bei einem amtlichen Trinkgelage einen Pfarrer genötigt haben, einem Schwein, das sie zuvor betrunken gemacht hatten, die Sterbesakramente zu gewähren. Nach Drohungen und Verhöhnungen konnte der Geistliche sich in die Kirche flüchten. In der folgenden Nacht warnte ihn ein Traum vor der kommenden Katastrophe, er konnte die Insel noch rechtzeitig verlassen. Möglicherweise geht diese Geschichte auf eine Erzählung des Cäsarius von Heisterbach zurück, der in seinem Dialogus Miraculorum einen fast gleichlautenden Bericht bringt, wie Gottes Zorn über eine Sakramentschändung zu einer Sturmflut führt. Cäsarius bezog sich dabei auf die erste Marcellusflut. Auch in Flensburg existiert eine ähnliche Untergangssage zum Schlossgrund, wo der Hof Flensdorf und später die Daböck stand. Zu den Legenden um Runghult zählt auch, dass bei ruhigem Wetter seine Glocken unter der Wasseroberfläche zu hören seien und dass die Stadt unversehrt alle sieben Jahre in der Johannisnacht aus der Erde auftauche. Ähnliche Legenden ranken sich auch um andere untergegangene Orte wie Wineta. Ausstellung im 2007 wiedereröffneten Nordsee-Museum Husum nimmt der Mythos Runghult einen breiten Raum ein. Mehrere Themen, die sich auf das Meer beziehen, werden mit Bezug auf Runghult abgehandelt. Rezeption Der Dichter Detlef von Lilien Kron setzte in seiner Ballade Trutzblanke Hans der Stadt ein poetisches Denkmal. Punkt 2001 entstand der Film Der Untergang von Runghult von Viktoria Schwarz und Rasmus Hirte. Die Filmcollage erzählt die Geschichte Runghults anlässlich eines Segeltörns dreier Personen, die sich auf die Suche nach Spuren des untergegangenen Runghults machen. Der Hamburger Komponist Jakob Winier wurde durch die Sage von Anton Heimreich zu dem Oratorium für Chors, Sprecher und Orchester Runghult angeregt, das 2001 Uhr aufgeführt wurde. Er verwendete dafür zudem Texte von Detlef von Lilien Kron, Rainer Maria Rilke, Theodor Sturm, Heinrich Heine, Theodor Fontane und Wolfgang Borchert. Eine Runghult-Schule besteht in Husum. Zwei im nordfriesischen Wattenmeer verkehrende Fährschiffe tragen den Namen Runghult und in Kiel gibt es den Runghult-Platz. Juliane Wedding thematisierte die Sage vom Untergang in ihrem Album Ruhe vor dem Sturm. Achim Reichel vertonte Lilien Krons Ballade für sein Album Regenballade. Die nordfriesische Gruppe Goddy Wind veröffentlichte 1989 mit D-Glocken-V-UN Runghult ein plattdeutsches Lied über den untergegangenen Ort. In einer historischen Kriminalserie taufte der Schriftsteller Dereckmeister seinen Hauptdarsteller, einen feisten Lübecker Handelsherrin der Hanse, Runghult, da er ein Überlebender, der Grotenmann Tränke ist. 2014 verarbeitete die dänisch-südschleswigsche Schriftstellerin Dorothea Petersen den Runghult-Stoff in dem dänischsprachigen historischen Roman, Havitz Rütter. 2015 veröffentlichte die deutsche Gruppe Santiano einen gleichnamigen Song über die untergegangene Stadt Runghult und das Thema Blanca Hans, dessen Text auf der oben genannten Ballade von Lilien Krons basiert. Filme Streit um die versunkene Stadt Runghult Dokumentation 5 MIN Produktion NDR Kulturjournal Erstsendung 14. November 2005 Inhaltsangabe des NDR Runghult Die Suche nach der versunkenen Stadt Dokudrama und Dokumentation 2001 Buch und Regie Wilfried Hauke Produktion Lithefilm und MPFS Produktion Terra X Atlantis der Nordsee ZDF Dokumentation 2010 von Gabriele Wengler Sandra Papadopoulos Sendungsinformationen Video Terra X Atlantis der Nordsee in der ZDF Mediathek Abgerufen am 7. Februar 2014 Rundfunkbeiträge Das Atlantis der Nordsee Auf den Spuren des legendären Runghult Bayern 28. Juni 2012 Hörspiel Im Jahre 1953 produzierte der NDR Hamburg ein Mundart-Hörspiel von Adolf Wasmus unter dem Titel Runghult Schicksalstadt der Stadt am Meer Unter der Regie von Günther Janssen sprachen unter anderem Heinz Ladiges, Hartwig Sievers, Otto Lütje, Hans Maler, Rudolf Beiswanger, Georg Pahl, Walter Schau, Heidi Kabel, Hilde Sicks, Megde Bäumken, Erna Raupach-Petersen, Heini Kaufeld, Adi Lödl und Günther Sigmund Die Erstsendung erfolgte am 21. März 1953 Das Hörspiel ist in keiner ARD-Rundfunkanstalt mehr verfügbar Das ist nicht wahr, muss ich glauben, dass Sie sich hier function